Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem nagelneuen YouTube-Video, in dem ich euch heute einen spannenden Blick sozusagen unter die Motorhaube gebe. Denn wo stehen wir gerade? Bei uns, hier in unserem Firmengebäude in Neuss. Da hinten ist Düsseldorf, hier ist Neuss. Warum in Neuss? Das ist Industriegebiet, weil wir ja noch Versandhandelsunternehmen haben und wir brauchen einfach eine Logistikfläche. Und die ist in Neuss ungefähr ein Viertel so teuer wie einmal über die Brücke rüber in Düsseldorf. Und als Unternehmer hast du schon eines gelernt, haben kommt von halten, also halt die Kosten niedrig, deswegen sind wir im Industriegebiet. Komm mal mit rein, denn in diesem Video möchte ich mit euch einmal eintauchen in unseren super beliebten Praxis-Workshop. Wir nennen das ja unseren Geschäftsführer-Workshop. Und ich kriege tatsächlich auf Instagram oder auch per E-Mail oder hier bei uns im Support Fragen, was passiert eigentlich genau in diesem Workshop. Und ich möchte dir jetzt folgendes sagen, alles was wir in diesem Workshop machen, empfehle ich dir, mach es nach. Wirklich, mach das nach für dein Geschäft. Kopiere es ausdrücklich mit einem Ziel. Bau dein Geschäft so auf, dass es profitabel ist und ohne dich funktioniert. Denn du weißt, das ist meine Definition eines Unternehmens. Ein Unternehmen ist ein profitables Business, das ohne dich funktioniert. Also wenn du heute in deinem Geschäft noch Herausforderungen hast und sagst, boah, ich möchte mehr wachsen oder hey, da sind noch ganz viele Dinge von mir abhängig oder meine Kundengewinnung läuft noch nicht automatisiert oder ich möchte endlich mal lernen, wie Online-Marketing richtig funktioniert, dann ist der Geschäftsführer-Workshop das Beste, was dir passieren kann. Und guck mal, also hier ist unser Empfangsbereich, komm mal mit rein, ich zeige dir mal so ein bisschen die Seminarfläche. Der ist das Beste, was dir passieren kann, weil wir auf diesem Workshop komplett aus der Praxis sprechen. Und ich möchte dir jetzt ganz kurz zwei Sachen erklären, okay? Ich möchte mit dir über zwei Sachen sprechen. Das Erste ist, was machen wir denn da eigentlich auf diesem Workshop? Also was ist der Inhalt? Weil vielleicht hast du ja schon mal die Frage gestellt, hast du überlegt, sollst du mal hierher kommen, möchtest du dir das mal angucken und einen Tag mit uns an deinem Geschäft arbeiten? Also was machen wir da genau? Und das Zweite ist, wie läuft das dann ab? Also A, Inhalte und B, wie ist es so ein bisschen bei uns? Okay, das gucken wir uns mal beides an. Guck mal, ich habe dir was mitgebracht. Hier siehst du die Inhalte, die wir an diesem Geschäftsführer-Workshop mit dir gemeinsam durcharbeiten. Das sind sechs Schwerpunktthemen. Der Erste ist der Bereich Online-Marketing. Ich bin der einzige vierfache Online-Marketer im deutschsprachigen Raum. Warum? Weil ich Online-Marketing in seiner Einfachheit runterbreche. Ich versuche die Dinge mal so zu erklären, dass es einfach ist, damit es verständlich ist und du es sehr schnell nachmachen kannst. Okay? Das heißt, wir steigen uns erstes mal ein, legen eine vollkommene Grundlage, durch die du zum Online-Marketing-Profi wirst. Verspreche ich dir, nach diesem Teil, in diesem Workshop bist du Online-Marketing-Profi. Du nagelst alle anderen an die Wand, okay? Das ist also Online-Marketing, es wird einfach. Dann gucken wir uns an deinen Online-Vertriebsprozess. Das ist ja wie so ein Trichter. Das heißt Funnel. Und ein Online-Funnel, da kriegst du von mir Vorlagen. Denn es gibt unterschiedliche Funnel-Typen. Also welcher Funnel ist für dich der richtige? Es kommt darauf an, was du für ein Geschäft hast. Aber das werden wir gemeinsam an diesem Workshop-Tag klären. Das heißt, guck mal, erst legen wir die Grundlagen für Online-Marketing. Dann kriegst du die völlige Klarheit, wie dein Online-Vertriebsprozess aussehen sollte. Welchen Funnel du nehmen könntest. Dann, in diesem Funnel findet ja statt E-Mail-Marketing. Logisch, ne? Weil mit E-Mail-Marketing, das ist dein automatisierter Verkäufer. 24-7 ist der für dich im Einsatz. Wird nie krank, der Gerät kann immer, okay? E-Mail-Marketing, da kriegst du eine Komplettanleitung. Wie sollten die E-Mails sein? Mit welchem Tool solltest du sie versenden? Was solltest du wirklich genau schreiben? Also, wenn es dir schwer fällt, Inhalte zu finden, danach wird es dir leicht fallen, glaube es mir. Dann, was ist das Ziel dieser E-Mails? Also, nicht nur, wie schreibst du sie, sondern auch, was sollten diese E-Mails tun? Und dann, Achtung, wie automatisierst du das Ganze? Das heißt, du kriegst eine Komplettanleitung für dein E-Mail-Marketing. Ich sage ja, das ist diese Workshops, Ärmel hochkrempeln und machen, okay? Dann kommt viertens. Dann kriegst du die Komplettanleitung, wie du deine Kundengewinnung automatisieren kannst. Denn schau mal, es ist wichtig, Online-Marketing machst du ja mit einem Ziel, nicht um Geld zu verbrennen, sondern um Kunden zu gewinnen, die dir mehr Geld bringen, als du ausgibst. Achtung, aber vor allen Dingen automatisiert. In deinem Geschäft gibt es zwei große Zeitfresser. Erstens, der Vertrieb, die Kundengewinnung. Und zweitens, die Leistungserbringung. Also das, was du für die Kunden tust. In jedem Geschäft, bei dir auch. Also schau, wenn du willst, dass dein Geschäft ohne dich funktioniert, dann schau, dass du diesen Bereich der Kundengewinnung maximal automatisierst. Da kriegst du die Komplettanleitung, wie dir das gelingt in deinem Geschäft. Dann nehmen wir uns den zweiten großen Bereich an, der bei dir viel Zeit in Anspruch nimmt, nämlich die Leistungserbringung. Also kriegst du hier die Anleitung, wie du deine Leistung maximal automatisieren kannst, sodass du dich aus der Gleichung rausnimmst. Okay? Hier in diesem Teil befreist du deine Kundengewinnung vom Zufallsprinzip. Dadurch kriegst du wahnsinnig viel Sicherheit. Und in diesem Teil nimmst du deine eigene menschliche Zeit raus aus der Gleichung und kommst damit einen Riesenschritt in Richtung Systeme und Klarheit, wie du dein Geschäft so aufbauen kannst, dass es profitabel ist und ohne dich funktioniert. Stichwort profitabel. Du kriegst natürlich die besten Anleitungen wirklich aus der Praxis, um deinen Umsatz sofort zu steigern. Das sind also die Inhalte im Wesentlichen diese sechs Themenschwerpunkten, die wir an einem Tag gemeinsam durcharbeiten werden. Was kannst du erwarten? Natürlich kriegst du bei diesem Workshop hochwertige Seminarunterlagen. Schau mal, du kriegst unter anderem dein persönliches Workshop, Kunden auf Autopilot, dein Business plus echtes und so weiter, gleich mehr Geschäft. Und wir haben uns viel Mühe gegeben, dir hier ein Workbook auf die Beine zu stellen, das es echt in sich hat. Also ich würde sagen, das ist von der Content-Dichte her so stark und hochgradig verdichtet, das können die allermeisten Mitbewerber nicht. So etwas kriegst du nicht. Das kriegst du bei uns. Und das natürlich als Teilnehmerin, Teilnehmer hier unseres Geschäftsführer-Workshops. Warum eigentlich Geschäftsführer-Workshops? Wer ist denn hier bei uns auf so einem Workshop? Nun, das sind meistens Inhaberinnen und Inhaber von Geschäften. Kleinen bis mittelgroßen und auch zum Teil großen Unternehmen, die aber alle ein Ziel haben. Die möchten ihr Geschäft so aufbauen, dass es profitabel ist ohne sie funktioniert. Die möchten Online-Marketing lernen, die möchten Online-Kundengewinnung lernen und vor allen Dingen das von jemandem aus der Praxis. Und das bringt mich zum zweiten Teil. Ich habe dir gesagt, was machen wir hier in diesem Workshop? Habe ich dir jetzt erklärt? Aber jetzt sage ich dir mal, wie machen wir das? Also wie ist so das ganze Ambiente hier? Stichwort Praxis. Wenn du dich mal hier umguckst, dann siehst du, in diesem Raum werden wir maximal 21 Personen haben. Maximal 21 Teilnehmer. Hier würden mehr reinpassen. Warum machen wir 21? Das ist ganz einfach, weil wir tatsächlich im persönlichen Dialog bleiben möchten. Ich möchte, dass du das Maximum rausholst. Das heißt, guck mal, ich stehe hier vor dir. Ich mache das ja live selber. Ich stehe hier vor dir. Du sitzt hier. Wir unterhalten uns. Wir arbeiten miteinander. Wir diskutieren. Du kannst mir Fragen stellen. Ich beantworte die. Nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen sind ja hier mit mir auf der Bühne im Workshop und helfen dir, die Dinge umzusetzen. Aber es ist wirklich ein Tag und du hast zwei Vorteile. Erstens, es ist eine Teilnehmergröße, die so klein ist, dass es wirklich intensiv ist. Nicht irgendwie anonym. Du gehst nicht unter, sondern kannst wirklich deine Fragen stellen, dass du einen maximalen Lerninput kriegst und danach Ärmel krempeln und hoch umsetzen kannst. Und der zweite Vorteil ist, du kannst wahnsinnig gut netzwerken. Denn schon mal, als Unternehmerin und Unternehmer sind wir oft alleine. Von wem sollen wir lernen? Klar, von unserem YouTube-Kanal und so, aber meistens auch von anderen, die ähnliche Interesse haben wie wir. Eine ähnliche Lebenssituation haben wie wir. Also andere Unternehmerinnen und Unternehmer. Und die lernst du hier kennen. Also ein toller Nebeneffekt ist das Netzwerken. Natürlich haben wir für genug Pausen gesorgt. Wir haben einen eigenen Koch beschäftigt, den lieben Esteban. Und hier drüben vielleicht, kannst du einmal sehen, hier haben wir so eine Catering-Fläche. Das heißt, hier haben wir, in den Pausen wird dort da hinten ein Catering aufgebaut mit wirklich frisch gemachten Lebensmitteln, tolles Mittagessen, tolle Zwischensnacks, viel Obst. Es gibt Salat. Es gibt auch eine Kuchenpause. Ich liebe Kuchen. Deswegen, ich muss ja mal Kuchen haben. Und im Wesentlichen ist das der Geschäftsführer-Workshop von Mehrgeschäft. So, was empfehle ich dir jetzt? Ich empfehle dir, sichere dir dein Ticket. Wir machen diesen Workshop, lass mich nicht lügen, acht, neun Mal im Jahr. Und wir haben immer nur maximal 21 Teilnehmer. Aber jetzt wollte ich mal wirklich Klarheit darüber bringen. Ich hoffe, das ist mir gelungen, dir so ein bisschen Einblick zu geben, okay, was machen wir eigentlich? Wie läuft das hier ab? Wo ist das bei uns in der Firmenzentrale? Und das ist eben sehr persönlich. Und das ist mehr Geschäft. Wir sind echt. Wir sind die aus der Praxis. Wir sind die zum Anfassen. Und das wirst du hier in diesem Workshop erleben. Und du wirst noch eine Sache erleben. Unser Firmwert lautet Create Value. Also Wert kreieren. Und das ist das. Du wirst hier rausgehen und sagen, krass, das alles habe ich gekriegt? Ja, das alles hast du gekriegt. Und wenn du möchtest, setzt du danach um. Das wäre zumindest die Idee. Deswegen ist es ein Praxis-Workshop. Also, der erste Link hier unter dem Video, da findest du den Buchungslink. Da kommst du auf die Seite, die Übersichtsseite hier zu unseren Workshops. Da siehst du die Termine und kannst dir dein Ticket buchen. Ich freue mich, wenn du dabei bist, weil dann lernen wir uns live kennen. Wir lernen uns persönlich kennen. Wir können uns hier austauschen während des Programms. Wir können uns in den Pausen austauschen, in den Netzwerken. Du kannst deine Fragen stellen. Du wirst es lieben, versprochen. Du wirst danach rausgehen und sagen, sensationell, das ist ja Wahnsinn. Und wenn du nicht zufrieden sein solltest, sag uns einfach kurz Bescheid. Kriegst du deinen Workshop-Ticketpreis natürlich sofort erstattet. Die sind echt spottbillig. Ich glaube, wo liegt das normalerweise? Ich weiß nicht, siehst du auf der Seite. Ist wirklich günstig. Und das für einen Tag komplette Praxis. Also, klick auf den Link, komm zum Workshop. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, das Video zu gucken. Ich wollte mal Klarheit reinbringen. Wir sehen uns wieder im nächsten YouTube-Video und vielleicht bei uns hier auf dem nächsten Workshop. Klick auf den Link. Ich freue mich. Bis dann. Dein Pascal. Ciao.